Seit Jahren gibt es diesen Kampf. Rode auf der einen Seite als Vorreiter der kleinen leichten 2,4 GHz Audio-Funkstrecken und quasi die unzähligen anderen Anbieter, die seit Jahren versuchen, Rode diese Vormachtstellung abzunehmen und kleine 2,4 GHz Audio-Funkstrecken auf den Markt schmeißen. Dabei wurden auch viele Innovationen gezeigt, die sich dann etabliert haben, nur um am Ende von Rodes zweiter Version des Wireless Go 2 wieder übertrumpft zu werden. Und für mich gab es seit der Vorstellung von diesem Teil hier keine Alternative dazu, wenn ich unterwegs Videos aufgenommen habe. Es war zuverlässig, reichweitenstark und hat abgeliefert. Aber DJI will nun auch ein bisschen was vom Kuchen bei diesem Funk-Mikrofon abhaben und hat mit dem DJI Mic einen direkten Konkurrenten zum Wireless Go 2 auf den Markt gebracht. Und heute werfen wir einen kleinen Blick darauf, was diese beiden Funkstrecken so im direkten Vergleich abliefern, wie sie abschneiden. Wireless Go 2 gegen DJI Mic. Ich bin's David, ihr Short Division und let's get ready to rumble. Ach ja, wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, dann vergesst, Like, Abo und vielleicht auch die Glocke nicht. Das macht nämlich für mich einen riesigen Unterschied im YouTube-Algorithmus. Aber werfen wir erstmal einen Blick auf die Preise der beiden Funkstrecken. Das Wireless Go 2 von Rode gibt es mittlerweile ab 240 Euro. Es ist aber auch schon seit Mitte 2021 auf dem Markt. Das DJI Mic kostet mit 330 Euro deutlich mehr, ist aber flächendeckend erst seit kurzem überhaupt lieferbar, auch wenn es schon vor einer Weile vorgestellt und angekündigt wurde. Das heißt so circa, roundabout 100 Euro Preisdifferenz. Aber schauen wir uns die Geräte erstmal genauer an. Im Lieferumfang des Wireless Go 2 findet ihr zwei Sender und einen Empfänger. Dazu die nötigen Kabel zum Laden und zum Verbinden mit der Kamera. Und noch die Windschutzdinger für die integrierten Mikrofone der Sender. Lavalier-Mikrofone werden leider nicht mitgeliefert. Eine richtige Tasche gibt es auch nicht dazu, nur so ein Beutel. Ich hatte da jetzt lange diese Tasche hier im Einsatz, die hat mir auch sehr gute Dienste geleistet, aber ich habe jetzt vor kurzem hier dieses Telsin Charging Case dafür entdeckt. Und das finde ich doch auch sehr praktisch. Kostet nur eben auch ein bisschen extra und ist, naja, schon doch ziemlich groß und unhandlich. Beim DJI-Mic dagegen findet ihr die zwei Sender und den Empfänger gleich erstmal in diesem schicken Charging Case. Etwas, was zuerst Hollyland gezeigt hatte und so ein gutes Konzept ist, dass man das eigentlich einfach übernehmen muss. Mit dazu gibt es bei DJI ebenfalls die nötigen Kabel, Windschutz für die integrierten Mikrofone, aber ebenfalls leider keine Lavalier-Mikrofone. Dafür gibt es, auch sehr innovativ, austauschbare Stecker für USB-C und Lightning, um den Empfänger direkt am Smartphone nutzen zu können als Audioquelle. Was aber gleich richtig positiv auffällt, ist die Größe, denn alles ist deutlich kleiner als bei Rode. Der Empfänger ist nur ca. 75% so groß und minimal dicker. Die Sender sind dagegen deutlich kleiner, so ca. halb so groß wie bei Rode und nur minimal dicker. Das ist natürlich gerade bei sowas, was man vielleicht sogar an der Kleidung trägt, ein mega Vorteil. Unauffälliger, kleiner, leichter und von Haus aus auch noch magnetisch zu befestigen. Chapeau DJI. Displays gibt es sowohl bei DJI als auch bei Rode nur am Empfänger. Okay, da sind sie auch am wichtigsten. Der Unterschied liegt aber in der Ausrichtung. Da bei Rode ja Sender und Empfänger gleich groß sind, bleibt für das Display eigentlich nur die Oberseite. Und naja, die schaut ja in der Regel, wenn das montiert auf der Kamera ist, zum Himmel oder zur Decke und nicht zum Operator. Das Display bei DJI, das kann man nach vorne oder nach hinten ausrichten, je nachdem, wie man das am liebsten hat und macht so natürlich deutlich mehr Sinn. Nebenbei bemerkt, ist es auch deutlich größer und ein Touchscreen. Aber dazu kommen wir später noch. Die Sender haben aber jeweils kein Display, dafür aber LEDs. Zwei bei Rode, zwei bei DJI. Rode kann nur blau und unterschiedliches blinken. DJI kann mehrere Farben, um unterschiedliche Dinge zu signalisieren. Am besten gefällt mir hier aber, dass die LEDs am Sender bei DJI eben auch zeigen können, dass die integrierte Aufnahme läuft. Das sieht man bei Rode nur am Empfänger und da braucht man es eigentlich nicht. Und das, obwohl man den Sender hier auch ganz ohne Empfänger als kleinen Rekorder verwenden kann. Nur sieht man dann eben nicht, dass die Aufnahme läuft. Man muss sich darauf verlassen, dass alles richtig eingestellt ist. Das geht bei DJI auch. Nur kann man hier eben sogar noch gezielt und bewusst per Rack-Taste starten oder stoppen. Oder das Ganze eben auch automatisch starten lassen, wie man das bei Rode auch macht. Nur sieht man hier eben, dass die Aufnahme läuft direkt am Sender und das ist deutlich praktischer. Und wie oft diese integrierte Aufzeichnung in den Sendern mir mittlerweile schon den Arsch gerettet hat, kann ich gar nicht mehr zählen. Sei es einfach nur ein falsch eingestellter Kamerapegel und ich musste dann auf die Aufzeichnung zurückgreifen. Oder ein abgebrochenes Signal, wo ich nicht wusste, warum es passiert ist. Ja, hat dann aber einfach keine Rolle mehr gespielt. Denn ich hatte ja, auch wenn die Tonspur in der Kamera versaut war, noch die Tonspur auf dem Sender. Konnte das synchronisieren und konnte weiterarbeiten, ohne nochmal alles neu aufnehmen zu müssen. Stellt euch mal vor, das passiert bei irgendwas, was man nicht einfach so wiederholen kann, wie zum Beispiel eine Hochzeit. Das ist einfach ein Game Changer, diese integrierte Aufzeichnung zu haben. Ohne interne Aufzeichnung geht bei mir nicht mehr bei einer Funkstrecke. Insgesamt gibt es an den Sender bei DJI gleich drei Tasten, bei Rode nur eine. Am Empfänger hat Rode dagegen drei, DJI aber nur eine. Dafür aber eben auch einen Touchscreen. Bis hierher liegen die Vorteile ganz klar auf Seiten von DJI. Auch wenn das Set eben mehr kostet. Aber es kommt auch auf die inneren Werte an und da werfen wir einen Blick jetzt mal auf die Usability. Am Wireless Go 2 kann man wirklich verdammt viel einstellen und verändern. An Settings, an Optionen und und und. Aber Problem an der Sache, man kann das eben nur verändern, wenn man zusätzlich ein anderes Gerät zur Hilfe nimmt. PC, Tablet oder Smartphone. Sender und Empfänger werden per USB-C verbunden, um die Einstellungen über Rodes App anzupassen. Direkt am Gerät kann man bei Rode nur extrem wenig einstellen. Mono mit Safety Channel oder beide Sender einzeln auf Stereo-Kanälen. Man kann stumm schalten und den Pegel anpassen. Das war's. DJI braucht kein Hilfsgerät und keine externe Software. Alles, was verfügbar und einstellbar ist, wird hier über den Touchscreen am Empfänger gesteuert. Und das geht trotz der kleinen Größe richtig gut und intuitiv. In Sachen Bedienungsinterface ist DJI eigentlich einer der besten Hersteller der Welt. Und das sieht man auch hier wieder, was man auf so einem kleinen Gerät mit einem kleinen winzigen Display doch noch rausholen kann. Noch dazu ist am DJI-Gerät eben auch viel mehr einstellbar. Zum Beispiel Low-Cut-Filter für den Sender. Einzelneinstellbar für beide. Und deutlich besser als bei Rode, man kann auch die Pegel für beide Sender einzeln einstellen. Ein Setting, was mir bei Rode sehr gefehlt hat, da eben nicht jede Person gleich laut spricht. Und wenn man ein Interview führt mit zwei Personen, dann braucht man eigentlich in der Regel nie für beide Personen den gleichen Pegel, sondern angepasste Pegel für beide. Man kann sogar vom Empfänger aus die Aufnahme starten oder stoppen. Oder sehen, ob sie läuft. Und selbst der Speicher eines Senders lässt sich vom Empfänger aus formatieren. Was DJI aber nicht hat, ist eine Aufzeichnung mit stärkerer Kompression, um deutlich mehr Material auf den Sender speichern zu können. Da gibt es nur eine Einstellung. Dieser Punkt geht aber so auch klar an DJI in Sachen Usability und Bedienung und Optionen. Aber natürlich muss DJI auch da überzeugen, wo es drauf ankommt. Tonqualität und Reichweite. Und beides sind Kategorien, in denen Rode bisher niemand das Wasser reichen konnte. Aber DJI hat ja wiederum auch einiges Erfahrung, wenn es um die Funkübertragung über große Distanzen geht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und da schauen wir mal kurz, wie die beiden da so gegeneinander abschneiden. Das sind so ca. 30 Meter mit direkten Sichtkontakt zur Kamera. 30 Meter ohne direkten Sichtkontakt zur Kamera. Das sollten 70 Meter mit direkten Blick zur Kamera sein. Und das sind 70 Meter ohne direkten Blick zur Kamera. Das sind die 70 Meter mit direkten Kontakt zur Kamera. Im Reichweitentest haben sich beide Funkstrecken also nicht viel genommen. Das DJI-Mic hat bis 50 Meter mit und ohne Line-of-Side vernünftig gearbeitet. Ab 70 Meter gab es dann ohne Line-of-Side Probleme. Genauso sah es beim Wireless Go auch aus. Nur kamen da in diesem Test bei 70 und 100 Meter weggedreht von der Kamera überhaupt keine Tonschnipsel mehr am Empfänger an. Durch die interne Aufzeichnung hat man aber immer noch die Sicherheits-Backup-Fallback-Lösung. Falls es eben mal so einen Aussetzer gab. Zumindest solange man nicht gerade live arbeitet, nimmt man dann einfach den Sender, steckt ihn an und zieht die Aufzeichnung runter. Bei DJI wie gesagt schön, dass man direkt durch die LED sieht, ob die Aufzeichnung läuft. Und dass die Dateien auf dem Sender quasi direkt im richtigen Wave-Format liegen, sodass man sie direkt verwenden kann und man keine Software braucht. Bei Rode dagegen benötigt man die Rode Central App. Dort ist aber schön, dass man das File auch in verschiedenen Formaten exportieren kann. Und dort eben auch ein 32-Bit-Float-Audio-Format dabei ist. Ziemlich nice. Aber kommen wir mal kurz zur Audio-Qualität selbst. Beide Funkstrecken kommen ohne Lavalier-Mikrofone daher. Das heißt, wir können nur die integrierten vergleichen. Das machen wir jetzt auch mal kurz. Ich habe noch dazu das Synco G2 mit in die Runde geworfen und hören wir mal rein. So Leute, heute geht es um Mikrofone. Ich habe jetzt jahrelang mit dem Sennheiser MKH416 gearbeitet. Das ist das Mikrofon, was vermutlich viele von euch als Referenz kennen, wenn es um die Aufnahme von Stimmen geht. Und das sicher nicht ohne Grund. Letztes Jahr bin ich dann aber auf das Synco Mic D2 umgestiegen, da es für mich klanglich auf einem Level, mit dem Sennheiser lag, aber deutlich günstiger ist. Jetzt habe ich aber seit einigen Monaten ein neues Lieblingsmikrofon. Und das, obwohl ich von den Vorgängern nicht die allerhöchste Meinung hatte. Mein neuer Liebling ist das Rode NTG5. Und um das geht es heute. Ich bin's David, ihr Shot der Vision und Film ab. Also was soll ich sagen? Das DJI-Mic schlägt sich sehr gut gegen das Rode. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sich da schon andere echte dedizierte Audiofirmen dran die Zähne ausgebissen haben und DJI eben keine eigentliche Audiofirma ist. Ich würde jetzt sagen, es kommt nah ran, aber das Rode klingt doch noch eine kleine Ecke besser und klarer. Was aber nicht heißt, dass man diese kleine Ecke beim DJI nicht per Equalizer Settings noch rausholen könnte. Für mich, abgesehen vom integrierten Mikrofon, aber auch noch sehr interessant ist die Qualität der Lavalier-Ansteckmikrofone. So ist eine Funkstrecke für mich eben doch viel unauffälliger. Aber da hier eben keine mitgeliefert werden, stecken wir an beide einfach mal ein Rode Lavalier Go ran und hören mal rein, wie das im Vergleich zu Syncos mitgelieferten Mikrofon so klingt. So Leute, heute geht es mal wieder um Mikrofone. Ich habe jetzt jahrelang mit dem Sennheiser MKH 416 gearbeitet. Das Mikrofon, was viele von euch vermutlich als Referenz kennen, wenn es um die Aufnahme von Stimmen geht. Und das sicher nicht ohne Grund. Letztes Jahr bin ich dann aber auf das Synco Mic D2 umgestiegen, da es für mich klanglich auf einem Level mit dem Sennheiser lag, aber deutlich günstiger ist. Jetzt habe ich aber seit einigen Monaten ein neues Lieblingsmikrofon und das, obwohl ich von den Vorgängern nicht die allerhöchste Meinung hatte. Mein neuer Liebling ist das Rode NTG 5, um das geht es heute. Ich bin's David, ihr schaut DIVISION und Film ab. Ja, und wie es sein sollte, hören sich die Funkstrecken mit den gleichen angeschlossenen Lavalier-Mikrofonen natürlich zum Glück auch gleich an. So soll das sein und das zeigt, dass intern eben nichts an der Tonspur digital noch verwurschtelt wird. Und zu guter Letzt habe ich noch in ein paar Szenen reingehört, in denen ich nichts sage, einfach um das Grundrauschen zu bewerten. Ja, und in dieser Kategorie schneidet das DJI-Mic dann doch etwas schlechter ab als das Rode, aber das ist mit plus 15 Dezibel verstärkt und das hört man in den normalen Aufzeichnungen nicht. Was mir am Wireless GO 2 auch noch sehr gut gefallen hat damals, war die Verbindung zum PC. Man kann den Empfänger per USB am PC als Audio-Eingangssignal verwenden und so zum Beispiel für Videokonferenzen oder Livestreams als Tonquelle verwenden. Und das geht mit dem DJI-Mic auch und da war ich sehr erstaunt darüber, dass das geht, weil das finde ich richtig gut, eine sehr tolle Funktion von dem Rode Wireless GO und dem DJI-Mic eben auch. Das heißt, wir haben mit dem DJI-Mic eine Funkstrecke, die eigentlich alles kann, was das Wireless GO 2 von Rode auch kann und noch einiges obendrauf legt und besser macht, ohne wirklich nennenswerte Nachteile zu haben. Reichweite und Tonqualität nehmen sich nichts und an Features bietet das DJI-Mic mehr. Die Bedienung ist deutlich einfacher, das Case ist ein Game Changer. Sowas gibt es für Rode zwar auch, aber müsste man wie die magnetischen Halterungen für die Sender auch erst nachkaufen und hier ist es eben schon mit dabei. Das Design ist schicker, unauffälliger, kleiner, leichter und dadurch, dass man sogar die Helligkeit der LEDs anpassen kann, einfach irgendwie viel durchdachter. Als ob man sich die Nachteile des Wireless 2 angeschaut hätte und dann gedacht hat, wo kann man da jetzt noch mit Verbesserungen ansetzen. Aber das DJI-Mic kostet ja eben auch mehr. Da muss man irgendwo erwarten, dass man einen Mehrwert hat und den bekommt man hier eben auch. Für mich steht fest, dass ich ab sofort, wenn ich unterwegs bin, das hier mit im Rucksack haben werde. Aber das DJI-Mic, nur weil es das jetzt gibt, macht es das Wireless GO 2 auch nicht schlechter. Das ist immer noch richtig, richtig gut und liefert die vielleicht beste Funkstrecken-Audio-Qualität vom integrierten Mikrofon. Wenn das DJI-Mic aber irgendwann mal bei breiterer Verfügbarkeit im Preis sinkt, wird es natürlich noch empfehlenswerter, gerade weil beim Wireless GO 2 wahrscheinlich nicht mehr so viel im Preis zu machen ist. Aber sagt mir gerne mal unten in den Kommentaren, was ihr so von den Ergebnissen dieses Tests und Vergleichs haltet. Ich war so ein bisschen verblüfft, da ich selbst bei den ersten Reviews zum DJI-Mic nicht so richtig abgeholt worden bin. Aber jetzt, naja, jetzt bin ich sozusagen restlos überzeugt. Ja und Links zum DJI-Mic, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mir diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos den Kanal und sorgt so dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt gerne an den Like, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, an das Abo und gerne natürlich auch noch auf die Glocke drücken, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Audio-Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könntet. Und das war's für heute bei DaVision und ich sag dann mal, ciao bis zum nächsten Mal.